Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Konzert der Schulband begrüßen. Und die Gruppe, die Sie gerade eben gehört haben, ist unsere neue Nachwuchsband. Die Kinder der Klassenstufe 5 bis 7. Wir musizieren erst seit Oktober zusammen. Also eine ganz neue Formation und ich bin auch ganz stolz, die machen Sie das finde ich ganz ausgeteilt. Das erste Stück hieß Brain's Brain, also verrenktes Gehirn oder sowas in der Art. Ich kann es mir nicht genau erklären, warum das so heißt. Das zweite Stück ist ein Jazzstandard, der heißt Mercy, Mercy, Mercy und ist insofern ein ganz interessantes Stück, speziell für diese Schulband, weil die Schulband wurden im Jahr 1983 gegründet. und das ist jetzt 25 Jahre, kann man ja leicht nachvollziehen in diesem allerersten Konzert. Da wurde dieses Stück aufgespielt, was jetzt kommt. Mercy, 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 viel Spaß. Applaus interrogate sie Untertitelung. BR 2018 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 Aplausos 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020